Hallo und herzlich willkommen hier im Europäischen Parlament in der Green Corner, wo wir als Grüne Fraktion immer mal wieder sehr interessante Gäste interviewen dürfen. Heute haben wir einen wirklich tollen Gast aus der Kreativwirtschaft sozusagen. Wir haben einen Filmemacher bei uns. Sein Name ist Fritz Moser, er hat schon Dokumentarfilme auch über die Vorgänge des Lobbyismus hier in Brüssel gemacht. Sein letzter Film, der Dokumentarfilm A Good American, ist jetzt in den Festivals und kommt in die Kinos in Europa und er handelt von einem Whistleblower, nämlich Bill Binney, der bei der NSA gearbeitet hat, viele Jahre und dann dort rausgegangen ist, weil die NSA eben von seinem Programm der zielgerichteten Überwachung weggegangen und der Massenüberwachung sozusagen hinterhergelaufen ist. Fritz, vielen Dank, dass du da bist. Was hat dich dazu bewegt, das Leben und Wirken von Bill Binney als NSA-Mitarbeiter und auch als Whistleblower so unter die Lupe zu nehmen und so zu zeigen? Als die Ed Snowden-Geschichte herausgekommen ist, war ich eigentlich zur gleichen Zeit beschäftigt, schon zweieinhalb Jahre lang mit einer Hacker-Geschichte, wo ein deutscher Hacker in den Demokratiebewegungen des arabischen Frühlings geholfen hat, in Überwachungssoftware reingerannt ist in Syrien. Und wir dann eigentlich zeigen wollten, wie diese Überwachungssoftware eigentlich überall verwendet wurde und das zu einer Zeit, wo über den Bundestrojaner diskutiert wurde und ob die das überhaupt dürfen. Dann kam Snowden und zeigte, dass es eigentlich um Größenordnungen größer war, was tatsächlich ablief. Und für mich als studierten Historiker war natürlich interessant, wann hat das angefangen, sich zu verändern? Also wie sind wir von einem Szenario im Kalten Krieg, wo eigentlich alle diese Nachrichtendienste unsere militärischen Feinde überwacht haben? Wie sind wir zu einem Szenario gekommen, wo wir zum Feind geworden sind, wo wir das Ziel der Überwachung geworden sind? Und ich dachte, am besten wäre es eigentlich diese Geschichte zu erzählen über eine persönliche Geschichte. Und ich hatte Bill Bini schon auf meiner Liste von Interviewpartnern für dieses andere Projekt und ich habe ihn einfach angefragt. Ich habe ihn gefragt, Bill, du warst über 30 Jahre bei der NSA, ich würde gern was über deine Karriere machen. Und ich habe gesagt, ja, hat mich noch niemand gefragt, aber klingt interessant, mach mal. Ist ja auch sehr interessant und es ist aufregend zu sehen, dass dort tatsächlich jemand an einem ganz anderen Programm, nämlich einer NSA-Überwachung gearbeitet hat, die zielgerichtet ist, die wirklich die Verdachtsmomente und Risikomomente verarbeitet, statt einfach überall hin zu schauen und alle Daten zu sammeln. Das wurde eingestellt kurz vor 9-11. Ich meine, das war wirklich das, wo ich wirklich, ich habe wörtlich gesagt, als ich diese Geschichte von diesem Programm das erste Mal gehört habe von Bill und das war dann im Herbst 2013, als ich ihn nach Wien eingeladen hatte für vier Tage Interviews und Hintergrundgespräche und er mir diese Geschichte erzählt hat, habe ich wörtlich gesagt, holy shit. Weil es war ja so, die haben angefangen mit der Massenüberwachung, haben keinem was gesagt. Und der offizielle Standpunkt war, als 2005 diese Artikel rauskamen in der New York Times und dann später in der Baltimore Sun über die massenhafte Telefonüberwachung, haben sie gesagt, naja, wir tun ein bisschen was. Dann ist Snowden gekommen mit seinen Dokumenten und hat bewiesen, dass alles überwacht wird. Er hat gesagt, okay, wir machen die Massenüberwachung, aber wir machen es ja nur zu eurem Benefit, denn wir wollen ein weiteres 9-11 verhindern. Als ich dann die Geschichte davon gehört habe, dass sie eigentlich das Tool hatten, das Werkzeug, das Programm, 9-11 zu verhindern und es nicht benutzt haben, weil es zu kostengünstig war und dadurch die ganzen Geldflüsse in dem militärisch-industriellen Sektor abgeschnitten worden wären, da habe ich mich dann gefragt, okay, was wird dann die nächste Ausrede sein? Ja, das ist absolut verrückt und ich meine, die Frage stellt sich ja dann tatsächlich, wenn man das so hört, was läuft da eigentlich wirklich schief? Also was müsste eigentlich jetzt in der Politik, der Sicherheitspolitik, der Geheimdienstpolitik, auch der Polizeipolitik, was müsste geändert werden, damit man eben auf so eine zielgerichtete, fokussierte Ermittlungstätigkeit gegenüber Terroristen endlich zukommt? Also ich glaube, es sind zwei Sachen, die man wirklich in Angriff nehmen muss. Das eine ist technologisch eben Programme zu entwickeln, die diese zielgerichtete Erfassung von Bedrohungsszenarien ermöglichen. Ich meine, unsere Welt wird instabiler, die wird nicht stabiler, die Bedrohungsszenarien werden mehr werden. Das heißt, man braucht wirklich ein Instrument, das technisch in der Lage ist, das zu tun und ich glaube, dass da das Instrument, das Pilbini vor 15 Jahren entwickelt hat, ein erster guter Ausgangspunkt ist. Das zweite ist aber, um Missbrauch zu verhindern, muss man die gesamte Gesetzeslage sich sehr gut ansehen. Derzeit sind all diese Überwachungsinstrumente gebündelt in einer Hand im Exekutivteil der Regierung, also in den Ministerien, meistens das Innenministerium oder manchmal auch Justiz, manchmal auch natürlich Militär, also Verteidigungsministerium. Die haben alle diese Instrumente. Es besteht praktisch keine effektive Kontrollmöglichkeit bei den Parlamenten. Dort muss eine effektive Kontrollmöglichkeit angesiedelt werden. Plus, die Parlamente, die uns als Bürger vertreten, müssen das Organ sein, das die Ziele definiert. Es kann nichts durchgehen, keine Art von Überwachung, das nicht vom Parlament abgesegnet wird. Und damit ist schon das eine Möglichkeit, den Missbrauch zu verhindern. Das zweite ist aber auch, wenn man sich Situationen anschaut in manchen europäischen Ländern, wo auch die Parlamente und die parlamentarische Kontrolle sehr fragwürdig ist, weil es halt exorbitante Mehrheiten einer einzigen Partei gibt, so wie in Ungarn oder in Polen momentan, es braucht auch, dass der Rechtsweg eingehalten wird. Und da gibt es technische Möglichkeiten, innerhalb Sekunden die Erlaubnis zu kriegen, Identitäten offen zu legen und reinzugehen und gezielt Leute zu durchsuchen, digital. Und die Sache ist halt die, man hat sozusagen die Exekutive, die ist zuständig, dass es ausgeführt wird. Das Parlament muss die Ziele definieren und die Kontrolle machen. Und alles muss über den Rechtsweg, über den ganz normalen Gerichtsweg gehen, damit auch die Menschenrechte eingehalten werden. Ich glaube, das ist der Zugang, an dem wir arbeiten müssen. Und es gibt in etlichen europäischen Ländern derzeit Reformen der Überwachung, in Frankreich, in England, in Österreich. Und es werden nach diesen neuerlichen Anschlägen von heute in Brüssel sicher andere Länder dazukommen. Es ist der falsche Weg, noch mehr Massenüberwachung einzuführen. Denn das Problem ist ja, dass man vor lauter Daten blind wird. Das ist genau das, was Bill Binnie auch damals schon erfahren hat, als er noch bei der NSA war. Und das hat sich seitdem nicht geändert. Und es ist ein Kampf gegen die Vernunft. Das ist die Menge an Daten. Das ist die Zeit, die ich brauche. Das ist sozusagen die Kurve oder die Verlauflinge. Je mehr Daten, desto mehr Zeit. Und da, wo wir hinkommen müssen, ist Echtzeit. Wir müssen in Echtzeit wissen oder beinahe Echtzeit wissen, wenn ein Plot geplant wird, damit man möglichst bald intervenieren kann. Ja, jetzt ist natürlich so, gerade an so einem Tag wie heute, wo also wieder schlimme Anschläge stattgefunden haben und wir auch alle beeindruckt und beängstigt sind, dass viele Menschen sagen, ja, also alles muss aber getan werden, um irgendwie Sicherheit zu schaffen. In dieser Umgebung, in dieser Öffentlichkeit, die Leute zu sensibilisieren dafür, dass es vielleicht effektivere Wege gibt für die Überwachung, ist natürlich unglaublich schwer. Was glaubst du, wie kann es gelingen, den Menschen das nahe zu bringen, dass es hier nicht darum geht, Sicherheit gegen Datenschutz auszuspielen, sondern beides gemeinsam eigentlich mit einem besseren System zu vereinen? Nein, im Grunde genommen bin ich auch dafür, dass alles getan werden muss. Also ich bin auch dafür, dass alles getan werden muss, um die Sicherheitslage zu verbessern. Und dazu gehört aber eben auch, sich nach Alternativen umzusehen, technologischen Alternativen und natürlich auch, wie man diese Instrumente optimal nutzen kann. Und ich glaube, dass halt viele von diesen Terrorattacken werden verhinderbar gewesen. Im Nachhinein wird man es nie genau wissen. Aber mit einer Systematik, die von vornherein ganz gezielt reingeht und dafür in Echtzeit Ergebnisse liefert, sobald sich ein Plot im Bedrohungsszenario heranbildet, ist natürlich ein sicherer Weg als eines, wo man alles sammelt und dann verzweifelt nach den Indikatoren sucht, die dieses Bedrohungsszenario offenlegen. Also das werden wir hier auch weiter versuchen. Wir arbeiten ja daran, vor allem den Austausch der vorhandenen Informationen über Verdächtigen zu verbessern. Ich glaube, daran muss erst mal gearbeitet werden. Das ist eben der andere Punkt. Ich glaube, dass wir in Europa weit davon entfernt sind, hier eine kohärente Sicherheitspolitik zu haben. Und ich glaube, das ist aber das, was wir brauchen. Absolut. Vielen Dank, Fritz, dass du uns hier besucht hast. Und wir zeigen hier mit dir gemeinsam deinen Film A Good American und mit Bill Binney, der auch mit uns hier dabei ist. Für alle diejenigen, die sich interessieren, den Film auch zu sehen. Er läuft jetzt halt, wie gesagt, auf einigen Festivals und demnächst dann in Kinos. Termine kann man auf www.goodamerican.org einsehen. Und dann wünsche ich dir mit dem Film für Erfolg und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.